Ach, eine Million Abonnenten. Na gut, eine Million Klicks, aber was ist, wenn ich einfach nur so... Na gut, dann halt nicht. Das ist eine Million Klicks. Ich habe mir so gedacht, alle anderen YouTuber, die wirklich eine Million Abonnenten haben, machen dazu immer ein eine Million Abospezial. Und ich habe mir so gedacht, hey komm, machst du mal was anderes. Machst du ein eine Million Klickspezial. Mein Kanal zählt mittlerweile über eine Million Klicks. Und das ist schon eine Hausnummer, würde ich sagen. Und ja, ich habe mir so überlegt, zu diesem kleinen Special, sage ich jetzt mal, veranstalte ich heute Abend mal ein kleines Abo zocken. Um 18 Uhr geht die A5 Open Lobby. Das heißt, ihr könnt mir um 18 Uhr beitreten, wenn ihr seht, dass ich online bin. Und dann machen wir eine krasse Spielerliste. Wieder so krasse Stuntrennen. Da sind nur Stuntrennen drinne. Und ich weiß, wie sehr ihr meine Stuntrennen feiert. Beziehungsweise diese Spielerliste vom letzten Mal. Und wer Bock darauf hat, kann gerne um 18 Uhr beitreten heute Abend. Unter anderem werde ich das Ganze auch noch live streamen. Und ich werde auch wieder eine offene Party machen. Das heißt, sieben Stück von euch haben wieder die Chance, in meine Party beizutreten. Und ein bisschen mit mir zu quatschen. Allerdings werde ich die Party erst aufmachen, nachdem ich den Livestream gestartet habe. Das Ganze werde ich dann im Livestream sagen, wann ich die Party aufmache. Also könnt ihr euch da noch ein bisschen gedulden. Ja, ist zwar ein ganz kurzes Video hier. Und tut mir bitte eingefallen. Gratuliert mir jetzt nicht zu einem Millionen Klicks. Das ist einfach hier nur so ein Spaßvideo gewesen. Ein bisschen was zu lachen. Oder vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, wie ihr das nehmt. Auf jeden Fall bitte jetzt nicht gratulieren zu einem Millionen Klicks. Wenn ich eine Million Abos habe, dann könnt ihr mir gratulieren. Oder, ja, genau. Okay. Ja, auf jeden Fall wisst ihr Bescheid, meine Freunde. Heute Abend, 18 Uhr. Ich bin in der Party. Wenn ihr seht, dass ich online bin, einfach beitreten. Und wenn die Lobby sich gut gefüllt hat, 30 können rein, werde ich die Spielerliste starten. Und dann den fetten Livestream mit euch machen. Und alles Weitere gibt es dann nachher. Gut, wenn es euch trotzdem gefallen hat, dieses kurze Video, dann würde ich mich natürlich wieder über eine positive Bewertung freuen. Das heißt, Daumen nach oben. Würde mich riesig freuen, wenn wir die 10 Millionen Likes erreichen würden. Gut, also würde ich sagen, bleibt gesund, meine Freunde. Bleibt treu. Und dann sehen wir uns später beim Livestream. Und ich hoffe auch in der Lobby. Und natürlich auch zum nächsten Video von German HD. Ciao.